So, meine lieben Freunde und auch alle Live-After-SAE-Hörer, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und heute am 23.12., ein Tag vor Weihnachten, geht auch noch die letzte Episode online. Kurt und ich möchten uns einfach nochmal bei euch bedanken, dass ihr uns jetzt schon seit fast einem Jahr regelmäßig zuhört, und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie wir mit SAE-Alumni über deren Werdegänge sprechen. Für das kommende Jahr ist auch schon sehr viel geplant, euch erwarten unter anderem sehr viele neue interessante Gesprächspartner, neue Podcast-Gadgets und auch internationale Folgen. Das und vieles mehr, also ab dem 6. Januar, dann sind wir wieder für euch am Start. Bis dahin, frohe Weihnachten und kommt gut rüber. Ich muss dann auch, ich glaube, mir brennt hier irgendwas an gerade. Macht's gut, Nachbarn. Bevor die Episode losgeht, noch einmal ein kräftiges Dankeschön an den Mathis Rinsche, der uns hier die Weihnachtsversion vom Intro gebaut hat. Und das Witzige daran ist, sogar der Kurt weiß nichts davon. Also Cody, wenn du das hier hörst, Gruß an der Stelle. Jetzt übergebe ich an dich und viel Spaß mit der Folge. Okay, Hallihallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge Live After SAE mit meinem wundervollen Co-Host Glenn Schäler. Das bin ich. Hallo zusammen und unserem heutigen Gast Talia Darko. Hi Talia. Hallo. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Talia, ich hoffe, dir geht's gut. Und zum Anfang direkt natürlich, ohne viel Zeit zu verschwenden, direkt unsere drei großen Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum tust du das, was du tust? Also ich bin Talia Darko und ich bin freiberufliche Komponistin und Sounddesignerin und Audioengineer und ich mache primär Sounddesign und Komposition für Hörspiele und ja, Hörbücher auch zum Teil. Und ich mache das, weil ich da irgendwie so durch Leidenschaft und Begeisterung so reingerutscht bin. Ach krass, mega spannend und interessant. Lass mal direkt da anfangen. Du wurdest uns nämlich schon als richtiger Kreativkopf vorgestellt. Geht schon los. Du kommst von der SAE in Hamburg. Da hatten wir jetzt auch schon einige Gäste. Hast da von 2017 bis 2019 studiert und einen Bachelor gemacht und bist dann, glaube ich, auch schon direkt ins Compositing reingerutscht. Eigentlich sogar schon während der Uni-Zeit. Du hast ein paar Projekte online. Schon davor, genau. Lass doch mal darüber quatschen. Was hast du da gemacht und was waren das für Projekte? Ich bin da so reingerutscht. Ich habe mit elf Jahren, glaube ich, angefangen zu komponieren. Da habe ich Garage Band auf dem Rechner entdeckt und dachte, da ist eine Gitarre drauf, da muss ich irgendwie Sound rauskriegen. Okay. Und dann habe ich ja angefangen, wild autodidaktisch, ja genau, autodidaktisch halt irgendwie rumzuexperimentieren. Und das hat sich dann irgendwann verselbstständigt, dass ich dann angefangen habe, Musik zu schreiben, immer weiter so Richtung Filmmusik gegangen bin. Und mit 14 habe ich dann auf Logic umgesattelt und mir meine erste Soundlibrary gekauft. Und dadurch ging das dann noch weiter in die Richtung und irgendwann hat sich das … Welche war das? Von Vienna's Symphonic war das eine Strings und eine Special … Auch eine gute direkt. Ja, ja, natürlich. Gleich, gleich dann wird das Weihnachtsgeld ausgegeben quasi. Und das hat sich so rumgesprochen im Freundeskreis und dadurch habe ich dann mit 17 die Chance bekommen, ein Stück von mir in einem Filmmusikkonzert gespielt zu haben. Das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Wir kommen alle mit, wir kommen alle mit. Super. Und habe dann da für ein Sinfonieorchester dann Partitur geschrieben und dann wurde ein Stück von mir da aufgenommen. Und so ging das Ganze so ein bisschen los. Dann habe ich in Lesungen, habe ich dann Musik schreiben dürfen, recht viel. Und daraus entwickelte sich dann ein Live-Hörspiel für Sony Music von Huebu, wo ich die musikalische Leitung übernommen habe. Das war eine Zusammenarbeit zwischen Sony Music und den Bücherpiraten e.V. aus Lübeck. Und genau, da habe ich dann so die musikalische Seite unter meine Fittiche genommen, Musik geschrieben, Partitur geschrieben und das mit den Kindern dann einstudiert und dann halt live aufgeführt. Genau. Wow. Huebu und der fliegende Holländer. Lolländer, ja, ja, genau. Der Lolländer. Lolländer. Ja, das ist ein gewollter Fehler. Da will ich nochmal kurz jetzt ein bisschen zurückgehen. Du hast dir das alles selbst beigebracht in Garage Band. Spielst du Instrumente? Ich habe Komponieren, ohne dass ich ekliges Instrument spielen konnte, angefangen. Also ich habe vier Jahre lang die obligatorische Blockflöte in der Grundschule gespielt. Triangel konnte ich damals wahrscheinlich auch noch, okay. Aber ich habe mir dann irgendwann für eine Vorbereitung auf ein Kompositionsstudium, was ich dann quasi wieder verworfen habe, Klavier quasi zwangsweise antrainiert. Ja, okay. Sollte man auch können. Sollte man, ja. Ich habe es gelesen und dachte, ich habe die Wahl zwischen Geige und Klavier und da war Klavier die bessere Wahl. Dementsprechend, ja. Stimmt, ich meine, damit kann man Vienna Symphonic spielen. Richtig, genau. Und so ging das Ganze dann los irgendwie. Also ich habe am Anfang halt, ich habe das Notensystem auch erst überhaupt durch MIDI verstanden. Das hat die Schule vorher auch nicht hingekriegt. Mega interessant. Ich kenne das selber. Ich habe früher Trompete gespielt, auch sieben oder acht Jahre im Orchester. Wahnsinn. Und habe eigentlich alles auswendig gelernt. Ich kann Noten lesen, aber Pausenwerte zum Beispiel, alles nach Gefühl. Einfach mit dem Orchester mitgrooven. Und mittlerweile kann ich das verstehen, aber damals einfach alles aus dem Kopf gespielt. Ich auch. Vielleicht ganz ähnlich. Ja, ich musste dann auch vorspielen für die Musikhochschulen und ich habe alle drei Stücke auswendig gelernt, damit ich nur so tun konnte, als ob ich nach Blatt spiele. Was dann ein bisschen doof war, weil es dann irgendwann dazu kam, dass er meinte, ja, steig doch mal ab Takt sowieso wieder ein. Und du bist so, ja, Moment, ich muss erst mal gucken, was ich da eigentlich spielen muss. Erst mal zählen. Genau. Richtig. Aha. Genau. Was ich daran super spannend finde, da werde ich auch später noch so eine Frage stellen. Bist du, nachdem du mit für schon so große, sag ich mal Namen, Vertriebe wie Sony Music gearbeitet hast, bist du danach erst zur SAE gegangen? Ja? Also hast du dich danach erst entschlossen, okay, ich habe zwar schon Erfolg, aber wie wäre es, wenn ich es jetzt noch studiere? Genau. Weil ich finde die Entscheidung spannend, weil du warst ja schon im Markt und hast danach gesagt, jetzt studiere ich es noch. Ja, genau. Und das hat den folgenden Beweggrund, also ich hatte ja erst ein Kompositionsstudium quasi in Erwägung gezogen, habe dann aber irgendwie so auch so mich davon wieder abgewandt, weil ich eben dachte, okay, komponieren kann ich eigentlich nach Bauchgefühl. Und ich sage mal, Parallelverbote sind mir auch heute immer noch herzlich egal. Und da dachte ich, es ist eigentlich sinnlos, etwas zu studieren, was ich eigentlich schon mit sehr viel Leidenschaft so in meiner Freizeit mache. Und habe mir dann das Studium, ich habe dann mit 14 mit Jan Friedrich Konrad von den drei Fragezeichen der Komponist geschrieben und der ist ja auch Dozent an der SAE Hamburg. Und dadurch bin ich irgendwie einerseits so richtig auf die Soundtrack-Schiene gekommen und mit Vertonungen, unter anderem halt aber auch auf die SAE gestoßen. Und den Inhalt fand ich insofern sehr viel ansprechender, weil ich wusste, okay, wenn ich Musik mache, kann ich sie halt auch mit dem Wissen, was ich dort bekomme, halt auch direkt produzieren. Ich weiß also, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Anfrage für ein Hörbuch bekomme, dann weiß ich, okay, ich weiß, wie ich den Sprecher aufnehme, wie ich das Ganze master und mische. Und im Idealfall halt dann meine Musik noch dazu mache oder nur die Musik oder was auch immer. Also dieses technische Know-how hat mich da so ein bisschen gelockt, weil ich wusste, dadurch habe ich einfach noch eine größere Bandbreite, eigenständig Produktion zu machen. Mega interessant, okay, verstehe. Da lass doch nochmal in der Uni-Zeit bleiben. Jetzt haben wir gerade über die technische Umsetzung gesprochen. Ich habe jetzt hier gelesen, du hast auch ein Uni-Projekt umgesetzt, da hast du ihn binaural gemischt. Ist das richtig? Das ist kein Uni-Projekt gewesen, das war meine Bachelor-Arbeit. Aber ja, genau, in binaural, das war durch das Huibu-Hörspiel, bin ich dann an German Wahnsinn gekommen. Das ist ein Hamburger Studio in St. Pauli. Und die haben ein eigenes Label mit Cornelia Funke. Und Cornelia Funke hat letztes Jahr den Roman zu Pans Labyrinth rausgebracht, in Zusammenarbeit mit Gielmo del Toro. Und German Wahnsinn hat zu dem Zeitpunkt die deutsche Hörbuch-Version gemacht und dort war ich dann im Sound-Design- und Komponisten-Team und durfte dann dort mit das Hörbuch vertonen. Und das Ganze in binaural und darüber habe ich dann auch meine Bachelor-Arbeit dann im Endeffekt geschrieben. Ach cool, ich auch sogar, cool. Ach witzig. Was hast du für eine Software benutzt? Muss ich mal ganz kurz als Nerd fragen. Für das Binaural oder insgesamt für die Produktion? Wir haben mit drei Dio-Kopfhörern, also mit Mikrofonen gearbeitet und jetzt fragst du mich was mit... Nicht zufällig vom Tom Ammermann. Nee, damit nicht. Ich hatte auch damit gerechnet, weil ich das auch schon davor kannte, aber es war tatsächlich, waren die Ambisonics von Nuendo. Genau. Ja klar, okay. Ach stark. Da kann man sich ja voll ausleben, glaube ich. Das stimmt, ja. Das war auch sehr, sehr krass, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen in das reine Sound-Design der Sprache reinschnuppern durfte. Das wurde ja auch alles geschnitten und dann auch binaural angeordnet. Und wie krass das auf Kopfhörern im Endeffekt auch einfach wirkt, dass man das Gefühl hat, da geht wirklich einen um einen rum und so. Das war sehr faszinierend am Ende, ja. Ja, total. Ganz kurz vielleicht nochmal für unsere Hörer, die keine Audios sind. Binaurales Audio ist 3D-Ton und das kann man zur Zeit eigentlich nur als Laie auf Kopfhörern hören und erfahren. Da haben wir damals in der ersten Episode mit dem Waldemar Vogel auch schon mal kurz drüber gesprochen und den Virtual Barbershop verlinkt. Oh ja, den kenne ich auch. Und ich kann es ja nochmal in die Shownotes packen. Ist extrem cool, sich mal so ein Hörerlebnis reinzuziehen. Wollte ich nochmal kurz als Zeit-Note da lassen. Richtig. Auf jeden Fall. So, jetzt hattest du deinen Bachelor fertig. Ich denke mal, die wirst du bestanden haben mit dem spannenden Thema. Richtig. Wie ginge es dann weiter? Danach habe ich dann, also ich wurde während meines Bachelors schon von der SAE gefragt, ob ich als Fachbereichsassistenz arbeiten möchte. Das ging dann nicht, weil ich sehr viel mit dem Bachelor und mit Arbeit zu tun hatte. Und danach habe ich dann als Fachbereichsassistenz erstmal angefangen und dann durch Corona, wurde ich dann leider nicht übernommen durch die Probezeit, aber habe mich dann quasi selbstständig gemacht und arbeite jetzt seit Juni. Freiberuflich als Komponistin und Sounddesignerin und primär bei Lauschmedien. Das ist ein Hörbuch- und Hörspielverlag oder Label in Hamburg. Ah, okay. Wollte ich mir wissen, das ist nicht deine Firma. Es ist, du bist Einzelunternehmer, aber du arbeitest freiberuflich für Lauschmedien. Genau, genau. Sehr spannend. Richtig. Okay. Das ist wirklich so nett. Das ist wie so ein roter Faden. Irgendwie war jeder mal Supi. Außer ich. Jeder war irgendwie nützlich. Das ist irgendwie spannend. Die meisten Leute, und dann war ich kurz Supi, und dann war ich das, und das war irgendwie interessant. Jeder hat so einen Zwischenstopp einmal gemacht bei der SAE. Ja, genau. Aber ist ja nicht falsch. Man muss sich ja ein Brötchen kaufen. Oder man macht es wie gelandet und geht direkt ins Sprechen. Das ist natürlich auch interessant. Hast du auch Workshops gegeben in der SAE zufällig? Das waren ganz viele. Durch Corona war viel über online, und da habe ich dann tatsächlich auch morgens manchmal einen Workshop gegeben. Richtig. Aber jetzt nie mit Studioführung, sondern dann alles online erstmal. Ja, na klar. Jetzt bist du ja schon bei echt vielen coolen Leuten gewesen, und jetzt auch gerade bei Lausch Medien. Es ist, glaube ich, ganz interessant, immer zu erfahren, wie bist du an diese Leute gekommen? Wahrscheinlich jetzt durch Connections an deinen heutigen Freiberuflerjob. Was waren denn so die ersten Connections, die dich überhaupt reingeholt haben? Weißt du das noch? Ja, das ist ganz lustig, weil ich heute auch mit meiner Mutter einmal darüber geredet habe, dass mir dieser Kinder- und Jugendliteraturverein, die Bücherpiraten in Lübeck, eigentlich so ziemlich alles ermöglicht haben, um überhaupt in dieser Branche zu starten. Weil über die bin ich halt an Sony Music gekommen. Über diese Arbeit mit Sony Music bin ich an German Wahnsinn gekommen. Und über die bin ich dann quasi zur SAE gekommen. Und dann im Endeffekt zu Lausch bin ich dann tatsächlich über eine klassische Bewerbung gekommen. Ah, okay. Doch noch also. Genau. Ja, doch. Eine Bewerbung quasi. Aber es ist ja ein guter Schnitt, eine Bewerbung. Ja, man muss ja immer mal Ausschau halten, was es noch so gibt. Ganz allgemein sollte man das tun, egal was man macht. Immer ab und zu mal gucken, was gibt es denn so. Und ist das vielleicht dann doch spannender als das, was ich gerade mache. Absolut. Was ich jetzt spannend finde, ich glaube, viele, die jetzt auch nicht aus dem Bereich kommen, gerade Sounddesign und so, das ist, glaube ich, für viele nicht so richtig ersichtlich. Was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag von dir aus? Also du stehst morgens auf und recordest, wie du dir einen Kaffee machst oder wie beginnt der Tag? Also jetzt gerade vor allen Dingen für die Hörspiele, also für das Hörspiel, was ich jetzt kürzlich gemacht habe und das, was ich jetzt gerade mache, ist es einfach so, dass die Zeit meistens nicht dafür reicht, um jetzt wirklich im Studio zu sitzen und die ganze Foley-Kisse durchzukramen und einmal wild aufzunehmen. Viele Sounds haben wir einfach schon als Library-Sounds und da greife ich halt drauf zurück. Manchmal bastelt man sich natürlich, also das kommt natürlich dazu, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, weiß ich nicht, in Säure aufgelöst wird. Diesen Sound findet man für gewöhnlich nicht so schnell, einfach irgendwo in der Sound-Library. Wie, den muss man sich dann irgendwie basteln. Und ja, im Endeffekt kriege ich ein Skript und meistens nehmen wir entweder schon vorher oder halt irgendwie dann zu einem geplanten Zeitpunkt die Sprecher auf. Dann schneide ich erstmal die ganze Sprache zusammen meistens, dass die erstmal schon in der richtigen Reihenfolge die ganzen Inhalte schon in der Session sind. Und dann geht es darum, okay, welcher Raum ist denn überhaupt gefragt? Ist es irgendwie draußen auf einer Wiese? Ist es irgendwie in einer alten, gruseligen Mühle oder sowas? Und da fange ich dann an, erstmal zu gucken, welche Sounds sind dann überhaupt das Setting? Also hört man Vögel, hört man Wind, was auch immer. Und ich glaube, was viele sehr unterschätzen, ist, wie viel Stimmung man auch mit Sound-Design schon kreieren kann. Also für mich ist Komposition und auch Sound-Design sehr verheiratet miteinander. Also sowohl in der Musik als auch im Sound-Design greift man eigentlich immer auf atmosphärische Mittel zurück. Und ja, muss man halt erstmal gucken, welche Stimmung möchte ich kreieren? Dann möchte ich gruseliges Wind heulen oder fröhliches Wind heulen quasi. Und ja, so baue ich das auf und am Ende kommt dann halt wirklich Raum. Also dann guckt man, welcher Hall ist sinnvoll, wo geht die Person lang? Dann muss die leiser werden, dann muss vielleicht ein High-Cut oder ein Low-Cut kommen, was auch immer. Und so macht man dann nach und nach ein Fine-Tuning, genau. Ist wahrscheinlich total viel Automation am Ende von so einer Session, oder? Ja, richtig. Das ist ja unfassbar. Ja, wie sieht denn das jetzt aus, wenn es heißt, wir brauchen eine Komposition, also Musik? Hast du dann meistens echt freie Hand und schaust dir erstmal einen Stummfilm vielleicht an und überlegst, was sagt mein Bauch? Oder hast du dann auch ein Skript und das heißt, wir brauchen die und die Stimmung, ungefähr die und die Instrumente? Wie frei bist du da? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, mit wem ich natürlich zusammenarbeite. Mit dem einen Autoren, mit dem ich Käpt'n Waschbär und die Luftpiraten gemacht habe, der Martin Gries, der lässt mir meistens sehr freie Hand. Der hat natürlich eine Vorstellung, wie sein Buch am Ende quasi klingen soll. Aber meistens ist es so, dass ich ihm erstmal Vorschläge mache. Hey, das habe ich mir jetzt gerade mal so ausgedacht quasi, habe ich so zusammengeschrieben. Wie findest du das? Geht das in die richtige Richtung? Und wenn nicht, dann halt nicht. Oder wenn ja, dann arbeite ich halt dran heiter. Und meistens ist es so, dass ich tatsächlich ein Skript zur Hand habe, sowohl bei der Geschichte mit dem Faun, also Labyrinth des Fauns, Huibu, jetzt auch Operation Epsilon, also die Heisenberg-Protokolle oder halt auch Käpt'n Waschbär, habe ich immer ein Buch oder ein Skript zur Hand, dass ich zumindest weiß, okay, so ist die Story und so ist ungefähr das Feeling. Vieles ergibt sich dann aus den Charakteren, die drin sind, aus den Orten, die da sind, also Luftpiraten, hört man dann auch zum Beispiel irgendwelche Vögel im Wind zwitschern oder so. Wie klingt denn ein Luftpirat? Bitteschön. Das ist ja auch spannend. Wie klingen Sachen, die es nicht bieten? Das war nur die Musik, die ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich keine Vertunung gemacht, weil es ein Hörbuch ist, aber es ist Blockflöte mit drin und sie ist sehr schön. Okay, okay. Nach, ja, ja, also fast, ja, weiß ich nicht, seit der vierten Klasse die Blockflöte nicht mehr benutzt und dann wieder rausgekramt jetzt von. Also eingespielt oder programmiert? Ich habe sie eingespielt. War cool. Zum Leidwesen meiner Nachbarn wahrscheinlich. Aber es ist sehr lustig und es passt sehr schön, also wer mal Zeit hat, kann mal reinhören. Und die Anweisung, die ich da hatte, war zum Beispiel, okay, es wird über Karlsson verlegt und es soll das Schrägste sein, was Karlsson wahrscheinlich verlegt. Geil. Und auch noch duldet. Okay, ja, genau. Das ist ja geil, das ist aber cool. Darf ich dich fragen, wie ist denn da die Kette bei sowas? Das ist leider überhaupt nicht für eine Szene. Ich finde das total spannend. Also du schreibst dann was? Genau, ich schreibe dann was. Das ist auch bei Sound. Also gibt es dann irgendeinen Lektor beim Verlag, der das dann, sag ich mal, weiterreichen muss oder dir zurückgibt und sagt, das ist Quatsch, mach nochmal? Ja, da hatte ich das Glück, dass ich immer mit den Autoren selber tatsächlich zusammenarbeite. Also jetzt bei Cornelia Funke natürlich nicht, die war jetzt nicht im Studio. Aber wir hatten halt dadurch, dass die halt ein Label mit den Leuten von Gem und Wahnsinn gegründet hat, welche da, die sehr genau wussten, was sie wahrscheinlich mag und möchte. Und die hat natürlich auch irgendwann Feedback gegeben. Aber da hatte ich nicht so den direkten Kontakt mit ihr. Aber jetzt gerade für die letzten Projekte hatte ich immer direkten Kontakt mit den Autoren, die quasi dann auch, wenn die das okay gegeben haben, war eigentlich auch alles sofort cool. Und wir haben natürlich, also die Verlage, die, ich kann dir gar nicht wirklich sagen, ob die da nochmal wirklich was groß sagen. Ich glaube schon, also vor allen Dingen For Your Ears Only hatte bestimmt Feedback, aber tatsächlich dann nicht zum Sounddesign bei mir. Und wie gesagt, die Musik war dann in dem Fall für Captain Waschbär eher etwas, was man dann mit dem Autoren direkt geklärt hat. Genau. Okay. Alles klar. Und der kann sich bestimmt noch leichter durchsetzen. Ja, ich denke auch. Wenn du einen Sounddesign-Job bekommst, bekommst du den dann über, in dem Fall, Lauschmedien? Die wirst du ja nicht ausschließlich für die arbeiten. Oder machst du auch Akquise? Und wenn ja, wie macht man Akquise dafür? Das ist ja sehr spannend. Hast du da irgendwie eine hochfrequentierte Webseite oder Instagram? Oder wie läuft das? Ich mache, glaube ich, relativ wenig aktive Akquise. Ich habe nicht mal eine Website, was eigentlich mal wichtig wäre. Ich habe tatsächlich einen Instagram-Kanal, wo ich immer mal wieder was zeige, aber halt auch nicht so hoch. Weil ich einfach tatsächlich das Netzwerk habe, über das viel funktioniert. Ich kriege über Lausch jetzt momentan sehr viel an Projekten, an denen ich arbeite. Also jetzt habe ich gerade auch wieder ein Projekt, an dem ich sitze, ein Hörspielprojekt. Und es ist wohl auch noch ein weiteres in der Zukunft in Aussicht. Da habe ich erstmal damit zu tun. Und alles andere ergibt sich dann irgendwie. Also ich hatte jetzt auch kürzlich mit der Lauschalange in Berlin telefoniert. Und darüber kennt man halt wieder Leute. Und die kennen wieder welche. Und so wird man dann irgendwie weiter vernetzt. Und so hat sich im Prinzip bisher alles bei mir irgendwie erstmal ergeben. Also das ist wirklich wichtig. Das würde ich jedem raten zu netzwerken. Ja klar. Ich glaube, das ist echt so das Schönste, wenn man einfach nicht sich da rausstellen muss und sagen muss, ey, ich mache das und das. Sondern du hast einfach ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Richtig, ja. Toi, toi, toi in Zukunft noch, dass das weiter funktioniert. Ja, Logo. Du hast auch noch einen zweiten Instagram-Account. Vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Ja. Denn du machst nicht nur Musik und Audio-Kram, sondern du zeichnest auch noch dazu. Richtig. Und zwar ziemlich cool. Dankeschön. Das ist ein Stil, der gefällt mir sehr. Ich habe vorhin mal reingeguckt. Ja. Ich mag das sehr, wenn, ich habe das so, wie soll man das beschreiben? Nicht Surrealismus, aber das hat teilweise so was ein bisschen sketchy-haftes. Sketch-haftes. Viele vergleichen es mit Tim Burton. Ja, okay. Oder so? Ja, genau. Ja, das ist richtig schlecht. Und die Farben sind extrem schön. Sehr intensiv und leuchtend. Erzähl uns mal, was du so machst für die Hörer, bitte. Boah, also ich zeichne primär Porträts tatsächlich in einem relativ comic-haften, karikatur-mäßigen Spiel. Siehst du, da sind wir jetzt. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Also ich glaube, man sieht die, die Tim Burton-Phase von mir doch immer noch durch. Also hat schon so was in die Richtung von Tim Burton. Ich hoffe allerdings, dass ich mittlerweile doch einen relativ eigenen Stil entwickeln konnte daraus. Und das mache ich eigentlich, seit ich denken kann. Also jetzt nicht unbedingt Porträts, aber zeichnen. Und das war ganz lustig, weil ich in der Schule war ich im Kunstprofil in der Oberstufe und war so als Kunsttante in meiner Schule quasi bekannt. Also Leute sind auf mich zugekommen und haben gefragt, kannst du mal irgendwie über mein Bild quasi rübergucken und mir nochmal Feedback geben und so. Und es ging ein Aufschrei durch die Menge, als ich dann beschlossen habe, ich möchte was in Musik studieren. Verlorenes Talent wahrscheinlich, ja. Du glaubst es nicht wirklich, ja. Ich habe von Leuten, die ich vielleicht irgendwie ein paar Mal gesehen habe, Sprachnachrichten gekriegt, wie ich mein Talent wegwerfen könnte. Und ich sollte doch lieber Zeichnerin bei Disney werden. Naja. Ja. Und genau. Und das ist immer noch so ein Hobby von mir. Und ich würde es gerne noch ein bisschen weiter ausbauen irgendwann. Das heißt, zurzeit machst du das gar nicht professionell, nur auf Hobbybasis. Richtig. Also ich würde super gerne mal ein Buch illustrieren. Und was ich mittlerweile mache, aber halt auch erstmal so freizeitmäßig, weil ich auch gar keine Ahnung eigentlich davon habe, ist 2D-Spiele. Also die Spiele zeichnen und primär dann für Game Jams. Ah, krass. Aber auch cool. Dankeschön. Eigentlich fehlt, also in der ganzen Kette fehlt der eigentlich nur noch Schreiben. Also es fehlt eigentlich nur noch das Buch selber schreiben. Dann kannst du es illustrieren. Kannst du alles selber machen. Richtig. Sprechen, Sounddesign und noch einen Soundtrack schreiben. Genau. Das ist tatsächlich das, wo ich auch immer noch dran knabber, weil aus dem Nichts eine Story zu erschaffen, fällt mir sehr schwer. Naja, klar, glaube ich. Boah, da machst du echt einiges. Du arbeitest oder hast zumindest auch noch im Theater gearbeitet und da auch Klangwelten gemacht. Ist das korrekt? Ja, nein, das ist genau, also es sind Live-Lesungen natürlich ein bisschen, also es sind inszenierte Live-Lesungen quasi. Und da habe ich dann Musik für geschrieben, unter anderem für die Fundsache von Chantaine. Das ist ein australischer Illustrator, glaube ich. Ich hoffe, es ist richtig. Auf jeden Fall von Chantaine. Und das ist auch wieder von den Bücherpiraten. Die haben quasi inszenierte Live-Lesungen gemacht. Das war 2017, glaube ich. Und damit habe ich angefangen, also dann haben die auch gesagt so, okay, wir tragen das vor, wir brauchen halt aber irgendwie noch eine Atmosphäre oder Musik. Und dann habe ich auch wieder angefangen, sowohl Sounddesign als auch Musik dann zu schreiben und dann Szene für Szene quasi so einen Klangteppich zu kreieren. Und das wurde dann live abgespielt. Wow, das ist eine interessante Aufgabe. Schauen wir mal in die Zukunft. Ja. Ich sage mal, du komponierst, du machst Sounddesign, du zeichnest. Was steht als nächstes an? Wo geht die Reise hin? Hast du einen Plan? Ich habe insofern keinen Plan, weil ich immer ein so großer Freund davon bin, jegliche Chancen, die sich ergeben, zu nutzen. Natürlich hat man irgendwo eine gewisse Vorstellung, in welche Richtung das vielleicht gehen soll. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte unbedingt Filmmusikkomponistin werden, das war das große Ziel. Und da war es dann aber so, dass ich jetzt so ein bisschen durch die Arbeit, die ich jetzt auch mache, davon weggekommen bin, weil mir halt auch Sounddesign super viel Spaß macht. Auch Musik für alle möglichen anderen Medien zu schreiben, für Spiele zum Beispiel auch sehr viel Spaß macht, dass ich eher dazu… Auch spannend. Ja, total. Ich habe mein Diploma, meine Diplomaarbeit war eine Spielevertonung. Und da war ich wirklich im Studio und habe mit der Folikiste aufgenommen, das war sehr lustig. Und dementsprechend bin ich mittlerweile so, Vertonung von Medien ist eigentlich so das Ziel, was ich machen möchte. Ich hatte auch mal einen Plan, irgendwie Stop-Motion-Filme gerne mal zu machen. Ich hatte mal einen Stop-Motion-Puppenbau-Workshop mitgemacht, damit ich eigene Stop-Motion-Puppen bauen kann und die dann halt quasi irgendwie für einen Film verwenden kann. Vielleicht fange ich da mal noch irgendwie was mit an. Ich bin ein großer Stop-Motion-Fan und ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich denke mal, am schönsten wäre es halt wirklich irgendwie auch die Kunst, die ich mache, vielleicht noch ein bisschen mehr einzubinden. Mal dort ein Standbein noch sich irgendwie zu erarbeiten. Ja, why not? Ja, richtig. Du bist auf jeden Fall fachübergreifend unterwegs, das sollte gehen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Dankeschön. Hast du denn einen Tipp, also ich meine, also bis auf ganz klassische Musikproduktion machst du anscheinend alles, was sehr beeindruckend ist. Das ist extrem positiv zu bewerten. Hast du denn einen Tipp, wenn man gerade von der SAE abgeht, wenn man sich für diesen Bereich interessiert, Nachvertonung, Sounddesign, Komposition, wie kommt man dahin, davon leben zu können? Braucht man teure Libraries? Wenn man von zu Hause quasi arbeitet, ist es umgänglich, dass man sich gute Sounds nach und nach anschafft, weil Leute, die auf dich zukommen und was von dir quasi ein Produkt verlangen oder eine Dienstleistung wollen, natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Generell würde ich empfehlen, auch wenn man jetzt gerade nach dem Studium kommt, nicht erst irgendwie ein Jahr zu warten, weil man eben auch sehr schnell rauskommt. Und ich bin während meines Studiums, habe ich auch Nuendo gelernt und war, dass ich dann so dachte, okay, jetzt habe ich die Grunddinge drauf, habe dann mit dem Faun gearbeitet, musste mit Nuendo arbeiten und habe gemerkt, eigentlich weiß ich gar nichts über Nuendo. Und es hat bestimmt mich drei Monate gekostet, bis ich sicher in Nuendo umgehen konnte. Also auf jeden Fall halt wirklich am Ball bleiben und nicht erst lange Zeit verstreichen lassen, was ich sehr häufig beobachte bei Kommilitonen oder so. Also die dann sagen, naja, irgendwie, hm, weiß ich noch nicht und die eiern dann so ein bisschen rum. Das ist wie nach der Schule. Viele sind dann so, ja, mache ich erst mal so ein halbes Jahr, muss ich mal schauen, was ich so mache. Genau. Nee, nee, ein halbes Jahr, das kannst du schon nutzen. Ja, genau. Kannst du schon was draus machen, ne? Absolut. Und sich halt auch immer weiterbilden. Ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade auch so, wenn man irgendwie Musik schreibt oder so. Neue Dinge ausprobieren, einfach mal so schreiben oder halt auch irgendwie gucken, dass man an Studios rantritt. Irgendwie Kontakte dazu knüpft, wenn man sagt, ich möchte Spielevertonung machen, mal auf irgendwelche Spielemessen gehen oder irgendwie gucken, Game City Hamburg, wo sind die Ansprechpartner, dass man sich wirklich informiert und ein Netzwerk aufbaut. Game Jams. Richtig, Game Jams, auf jeden Fall. Global Game Jams. Absolut, ja, der war auch sehr lustig. Da war ich in Bochumer mit, das war sehr witzig. Ja, ich fand das. Hat wirklich sehr Spaß gemacht. Ja, ich fand auch, wir haben auch dieses Jahr mitgemacht und war sehr, sehr schön. Es hat auch irgendjemand ein Let's Play über unser Spiel gemacht, glaube ich, und einen Artikel geschrieben. Das war sehr unerwartet. Musst du uns schicken, das packen wir dann in die Shownotes. Das mache ich. Schick uns das unbedingt. Und, ja, wie gesagt, einfach gucken, dass man zu den richtigen Leuten die Kontakte auch knüpft, weil die können einem meistens weiterhelfen, wenn man sagt, halt wirklich irgendwie, ich möchte Spiele vertonen. Welche Studios machen denn halt Spielevertonungen? Einfach mal hinschreiben, anschreiben, gucken, wo sind die vertreten? Und ich denke, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Coole Tipps. Sehr schön. Meine tolle Überleitung, Thema hinschreiben, anschreiben, kann man dich denn erreichen? Ja. Wenn man zum Beispiel Fragen hat, wo kann man dich am besten erreichen? Man kann mich auf jeden Fall über LinkedIn finden und da ist auch meine E-Mail-Adresse vermerkt und über Instagram natürlich auch. Wie immer alles in den Shownotes. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei dir. Ich danke auch. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Danke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Live After SAE. Und würde sagen, bis dahin, macht's gut und noch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank, Thalia. Danke auch. Tschüss. Ich nöbster und Tellerideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Untertitelung des ZDF, 2020